so langsam werden um das ist die Räulein Lebenspilze nur ein Sprecherblock das kann vielleicht mal überprüfen wir alle Dinger hier Aaaaaah Schön. Oh yeah. Ich hatte gerade kein Dings benutzt, ne? Ich habe doch noch den... Wir sind auch nur noch die Sachen, die ich hatte, ne? Ja. Gut. Na la la. Wow 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 wow. Was willst du von mir? Wie sagt jeder mal zu viel? Ich habe gerade richtig gut Punkte gekriegt und kann ich auch mal elf rausschmeißen. Um euch alle Platz zu machen. So und außerdem habe ich sowas ein Level ab. Und ich habe meinen Becher schon leer getrunken. Mist. Das muss ich euch einen Moment gedulden. Das ist nicht mein... Fuck, 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 BP. Münzen sind egal, aber die BP muss ich jetzt gerade einsammeln. Das ist nichts und das sieht mir zu verdächtig aus. Dass die eine schon offen ist. Wir müssen scheinbar da rein. Okay. Du, 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 du. Okay. Was ist das für ein Raum? Ist das wieder der A? Hä? Hm. Oh, da habe ich eine andere Idee. Machen wir mal die andere Idee. Das nehme ich. Aha. Ach, irgendwas ist faul dran. So. Danke. So, du, 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 du. Ah, die Tür war direkt hier vorne oder? Oder die Tür war da hinten, ne? Wo der Heilblock und der Speicherblock sind. Bittu. Oh, die Heilungskamera. Du, 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 du. So, dann nimmst du noch den Speicherblock noch mal. Was ich noch mal machen müssen. Schlüssel. Du, du, du. Okay, ach. Jetzt kommt das, was ich nicht mag. Hey, du. Groh. Wer hätte das gedacht? Weiter musst du nicht kommen, denn ich, Pech für dich, lass dich nicht vorbei. Aber wenn du willst, gebe ich dir eine Chance. Was ist so, du willst so sagen? Ja. Groh. Das ist natürlich völlig zwecklos, aber besuch es ruhig. Das nur, weil ich ein sanftes Herz in meiner steinenden Brust habe. Du hast gar keine Brust, du bist nur ein Kopf an deiner Wand. Wann wird's? Möchtest du wissen, was ich für dich vorbereitet habe? Ja. Machen wir ein kleines Quiz. Einige meiner Leute werden hier herauskommen. Die Aufgabe ist es, ihre Anzahl und Farben zu merken. Anschließend musst du meine Frage korrekt beantworten. Wir wissen beide, dass das völlig unmöglich ist. Ja, wenn du fünf Fragen richtig beantwortest, darfst du passieren. Und du darfst nur zwei Fehler machen. Natürlich wirst du garantiert dreimal daneben hauen. Und musst dann die Konsequenzen tragen. Los geht's. Okay, ähm, ich mag das nicht. Oh, da. Eins, zwei, drei Lilane und drei, nee, vier Goombas. Ja, ist okay. So, sag mir, wie viele Koopas du gesehen hast. Dann, meine Koopas waren Dings drei. Richtig, wunderbar. Nö, das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Ja, wunderbar. Drei rote, vier grüne, vier blaue. Und die gehen. Man muss sich auch ungefähr merken, wo die, so welche sind. Das ist drei von den roten. Ja, wunderbar. Ja, das ist richtig. Diese Frage muss zu einfach gewesen sein. Von jetzt an wird's härter. Nächste Frage. Ja, blau. Okay. Drei blaue, zwei rote, zwei Bobbaums. Ja. Wir sind doch wieder da verschwunden, oder rauskam. So, da kommen wir aus der Mitte, da kommen die roten Scheigeis aus. Na, ne? Richtig. Ja, das ist richtig. Das ist einfach, du musst einfach jetzt kurz härter. Nächste Frage. Ja, komm. Drei blaue, vier Kuckus, ein grüner. Zwei Gummars. So, das hat mir nicht viele Koopas, du gesehen hast. Das waren vier? Bitte, vier? Ich hasse es dann hinzulegen. Falsch. Scheiße. Ja. Na, komm. Ich hasse das. Hä? Willst du mich verarschen? Okay. Ja. Ähm. Vier. Was haben wir keine Arme? Oh Gott. Antwort ist richtig. Ich kann nicht glauben, dass du schon viermal richtig geantwortet hast. So, jetzt reicht's aber genug mit allen den Spülchen. Jetzt stelle ich dir eine richtig schwere Frage. Nächste Frage. Ähm. Mal sehen. Drei Pop-Oms, vier Pumas, ein grüner Scheigei, zwei Rote Scheigeis. Ah, sechs, zwei. So. Mecha, ähm. Pop-Oms waren drei, ne? Juhu. Ich hasse diese Stelle im Spiel, ganz ehrlich. Vielleicht der Mermat schon richtig verkackt bin. Korrekt, ich was es nicht. Du hast fünf, wo man das überhaupt in Musse geknackt hat. Grrrr, ich wurde geschlagen von Mario, lass es mal. Schade, lass mich einfach durch. Ich hasse diese Stelle im Spiel. So. Superpils, ist gut. Ahorn-Sirop ist auch gut, aber mein Inventar ist voll. Du hast den Power-Block weg, den hätte ich sowieso nicht benutzt. Geht weg. Wir müssen jetzt zu kämpfen. Äh, meine K.P. sind alle voll. Mit Items habe ich eigentlich. Das Gilet-Royal kann ich nicht. Ach, was weiß, ich habe zwei Stück davon. Ich würde gerne wissen, was... Was? Noch ein Gilet-Royal. Oh, ich habe nichts mehr zu kämpfen. Obwohl ich könnte. Ja, auf der glaube ich komme ich sowieso nicht mehr. Oh, oh, oh. Hm-hm. Come back. Come back. Magik. Oder Magik-Cooper. Okay. Moment. So. Ah, muss mal gucken, was haben wir hier? Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Was ist nochmal da drüben? Haben wir da überhaupt irgendwas? Was ist nochmal da? Ähm. Ah, ne, hier geht es weiter, glaube ich. Ah, komm her. Scheiße, ich glaube. Okay. Wie viel Schaden machst du eigentlich mit deiner Megabombe? Vier. Hm. Ja, komm, hier ist ein Sternsturm. Ja. Toc, 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 toc. Und... 1xP, wunderbar. Duh, 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 duh. Ah, hier brauchen wir einen Schüssel. Okay. Ähm. Ja, die krieg ich. In einer Runde kaputt. Ohne Sternkraft. Die boom. Booms. Und du hast ne Verteiligung, das ist ja nicht auch deshalb. Bombe, booms, weg. Mach mich da mal der Lauf hin. Hm. So, und jetzt. Ja, war das gleiche wie drüben scheinbar. Ich hab mich heute am lassen, Knopf. Okay. Das war nicht gut. Ich hasse dich. Und du, uh, was, 17 Schaden an dem einen Vieh. Was zur Hölle. Was ist kaputt. Bams, Bams. Genau, und massen von Drybones haben dann... ...Dingens benutzen. Ja, du haust jetzt ab. Oh, verschwinde. Da, 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 da. Oh, ich hab ein bisschen Leben aufgenommen. Du, was jetzt denn da? Ups, ups. Wie? Ähm. Moment. Gab's hier dieses... Gab's ja nicht dieses eine, oder? Nein, das gab's nicht. Das war am zweiten Tag. Ähm. Na toll. Schnell, 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 schnell. Wieso? Wie? Wie zum Geier. Ach, ich bin ein Idiot. Ich denke, viel zu kompliziert. Ohoho, Schlüssel. Ich, du, 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 du. Ich bin schon viel länger auf als letztes Mal. Du weißt ja auch, der letzte Dungeon. Man sollte vom letzten Dungeon doch erwarten, dass es ein bisschen schwieriger ist, ne? Vielen Dank.